Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug in Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 975. Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Aber jemand anders ist nicht mehr mit mir. Und ihr dürft jetzt gerne mal raten, wer es ist. Ich gebe euch mal eine vage Umschreibung. Es ist ein Mensch, der ist um die 50 Jahre alt. Er ist weiblich und seit sieben Jahren ist er häufig bei mir in der Wohnung gewesen. Runde 100 Mal, denn dieser Mensch kommt regelmäßig im zwei Wochen Abstand, eigentlich immer montags, aber manchmal auch mit Verschiebungen. Ja, manchmal auch mittwochs. Kriege ich dann zuvor immer eine SMS. Hallo Reiko, kann leider nicht am Montag kommen. Kann am Mittwoch. Ist das für dich in Ordnung? Und dieser Mensch hat durch äußere Umstände, die für diesen Menschen äußerst positiv sind, jetzt keine Zeit mehr, hier bei mir vorbeizuschauen. Und ich muss mich quasi nach einem neuen Mensch, der die Stelle einnimmt, umschauen. Aber es ist nicht einfach, denn es hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Denn dieser Mensch bewegt sich in meinen privaten Räumlichkeiten hier zu Hause und das zu Zeiten, wo ich meist nicht da bin. Jetzt dürft ihr gerne mal raten, wer mir heute abhandengekommen ist. Allerdings mit Ankündigung und mit schönen Abschiedsgeschenken, weil wenn man einen Menschen sieben Jahre kennt, man gewöhnt sich auch so ein bisschen an ihn, auch wenn man ihn eher ganz, ganz selten nur sieht, weil wir eben zu unterschiedlichen Zeiten hier in dieser Wohnung sind. Ja, ratet gerne mit als E-Mail an nachtzug.email.de, wen ich da heute leider verabschieden musste. Aber vielleicht gelingt es mir über kurz wieder, diesen Platz zu besetzen. Also bin mal gespannt, auf was hier so alles kommt. Ratet fleißig mit an nachtzug.email.de. Ich war heute einkaufen und in diesem Supermarkt, in dem ich da war, da hat man sich Service groß auf die Fahne geschrieben. Das machen eigentlich viele Supermärkte, nur leider, leider funktioniert es dann mit dem Service nicht. Und in diesem Supermarkt war es so, dass man, wenn man länger als fünf Minuten an der Kasse stehen muss, obwohl nicht alle Kassen besetzt sind, bekommt man einen Gutschein über 2,50 Euro. Jetzt gehöre ich zu den Leuten, die lieber auf den Gutschein verzichten und dafür nicht ewig an der Kasse stehen müssen. Aber der Supermarkt hat das anders gesehen. Er hat gedacht, nee, wir machen nicht alle Kassen auf, obwohl Freitagabend ist. Wir lassen die Leute lieber lange in der Schlange stehen, denn es fragt sowieso keiner nach den 2,50 Euro, weil wer liest schon alle Schilder in so einem Supermarkt? Und ich glaube, so geht die Rechnung auf. So hat man scheinbar Service geboten für die, die danach suchen, aber hat dennoch keinen. Die Rede ist vom Kaufland. Meines Wissens gehören die zu Lidl und Schwarz, die ja für ihre Arbeitsbedingungen nicht gerade, sagen wir mal, positiv berühmt geworden sind. Und ja, das hat mich echt ein bisschen erbost, weil diese 2,50 Euro, die kann man auch nicht auf den aktuellen Einkauf anrechnen. Man kriegt quasi eine Plastikkarte und diese Plastikkarte, diese 2,50 Euro wert, die kann man beim nächsten Einkauf mit verrechnen. So hat mir das die Kassiererin gesagt. Nun ist aber das Problem, wenn ich aufgrund von schlechtem Service nicht mehr ins Kaufland möchte, was nützen mir dann die 2,50 Euro beim nächsten Mal? Ich akzeptiere vielleicht die 2,50 Euro als Entschuldigung dafür, dass es heute doch länger gedauert hat und dass es vielleicht nicht die Regel ist. Kann ja auch mal sein. Ich gehe eigentlich nie ins Kaufland. Aber heute bot sich das an, weil ich musste noch in ein anderes Geschäft, was dort ganz in der Nähe ist. Und deswegen habe ich gedacht, holst du gleich alle Sachen da, dann hast du ein sogenanntes One-Stop-Shopping. Ja, nicht an 10 Orte fahren und 10 Sachen kaufen, sondern einmal halten und alles haben. Aber hat sich auch prompt gerecht. Was haltet ihr davon? Ist sowas in Ordnung? Die 2,50 Euro beim nächsten Mal ist 2,50 Euro überhaupt nötig? Ja, man weiß ja, wenn man Freitagabend einkaufen geht, dass es dann länger dauern kann. Eure Meinung dazu interessiert mich natürlich ebenfalls. Könnt ihr mir gerne mailen oder auch als Kommentar auf die Nachtzug nach Hamburg Homepage schreiben. Denn da gibt es auch noch ein Foto, wenn ihr eh schon auf der Homepage seid, vom Abschiedsgeschenk, welches ich von der Person bekommen habe, die im ersten Teil des heutigen Podcasts gesucht wurde. Ja, das Abschiedsgeschenk ist da als Bildchen zu sehen. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Raiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Ausgabe von Is Dog mit Malte Asmus.